Von der Traube bis zur Creme, Etablierung und Massenvermehrung von Weintraubensuspensionszellen zur Herstellung eines Pflanzenzellkulturextrakts für die Kosmetikindustrie. In diesem Abschnitt steht die Kultivierung von Pflanzenzellen in verschiedenen Reaktoren im Vordergrund. Pflanzliche Suspensionskulturen können in unterschiedlichsten Reaktorsystemen kultiviert werden. Zu Beginn erfolgt zumeist die Kultivierung in geschüttelten Erlenmeierkolben. Da sich diese jedoch nur für wenige Liter Kulturvolumen eignen, muss bei einer Maßstabsvergrösserung auf andere Systeme gesetzt werden. Typisch für Pflanzenzellen sind dabei orbital geschüttelte oder wellendurchmischte Bags oder Rührkesselreaktoren. Die Bags für den Einsatz im Schüttler oder im Rocker sind identisch aufgebaut. Eine Besonderheit für die Kultivierung von pflanzlichen Zellen ist der grosse Probenahmeport. Ebenfalls wichtig sind die Zu- und Abluftsterilfilter. Die weiteren Anschlüsse können bei der Kultivierung von pflanzlichen Suspensionszellen nicht genutzt werden, da die Schläuche zu dünn sind und bei Benutzung verklumpen würden. In wellendurchmischten bzw. Wave-Bioreaktoren folgt die Bewegung der Zellsuspension der des Rockers. Durch die grosse Oberfläche ist keine Submersebegrasung der Suspension nötig. Ähnlich verhält es sich beim orbital geschüttelten Bag, dessen Suspension sich wie in einem Schüttelkolben bewegt. Die Inokulation des Bags erfolgt über den speziellen Probenahmeport. Dabei werden zunächst mit einer sterilen 50 ml Pipette Medium in den Bag vorgelegt. Am einfachsten ist dies mit zwei Personen zu realisieren. Anschliessend erfolgt die Inokulation mit der Zellsuspension. Es ist darauf zu achten, die Zellsuspension im Schüttelkolben vor der Entnahme gut zu durchmischen, da die Zellen sehr schnell sedimentieren. Die Übertragung erfolgt mittels einer Pipette mit weiter Öffnung, da bei höheren Zelldichten die normalen Pipetten verstopfen können. Das maximale Arbeitsvolumen beträgt dabei 1 Liter, welches mit einer Suspension mit einem Pack-Cell-Volume von 10% inokuliert wird. Die Inokulation des Bioreaktors erfolgt über einen der 12,5 mm Ports mit Hilfe eines sterilen Trichters. Auch hier wird zunächst mit einer sterilen 50 ml Pipette Medium vorgelegt. Danach erfolgt die Übertragung der Zellsuspension analog zum Vorgehen im Bag-Reaktor. Als abschliessender Schritt wird der Trichter mit Medium gespült und der Reaktor bis zu seinem maximalen Arbeitsvolumen von 2 Litern aufgefüllt. Nach der vorsichtigen Entnahme des Trichters wird der Port geschlossen. Der inokulierte Bag wird auf den Temperatursensor im Rocker gelegt und an den beiden kurzen Enden eingeklemmt. Anschliessend wird die Zuluft an den Zuluftfilter angeschlossen. An den Abluftfilter wird eine Filterheizung angebracht. Die Klemmen am Zu- und Abluftport werden geöffnet. Sobald der Bag vollständig aufgeblasen wurde, kann der Rocker gestartet werden. Der Rocker wird gestoppt und der Deckel abgenommen. Die Zu- und Abluftports werden geschlossen und der Begasungsschlauch sowie die Filterheizung werden entfernt. Die Halterungsklammern werden geöffnet und der Bag wird vorsichtig in die Sterilwerkbank getragen. Vor der Probenahme muss der Bag geschüttelt werden, um ein verfälschtes Ergebnis durch Sedimentation zu vermeiden. Die Probe wird erneut mit einer offenen Pipette entnommen. Anschliessend wird der Bag wieder im Rocker platziert. Im nächsten Video wird die gewonnene Biomasse nun zu einem kosmetischen Produkt verarbeitet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020